Ja, ich bin Michael Bronke. Ich habe hier meinen Stand, um für Saatgutboxen Wärmung zu machen. Die Website dazu ist www.freiesaatgut.de, freiesaatgut in einem Wort. Und die Idee ist eben, eine Infrastruktur zu schaffen, die solche Konzerne, die gegen wen hier gerade demonstriert wird, rüberflüssig zu machen. Wenn also tausende von diesen Boxen rumstehen, in denen jeder sein selbstgeerntes Saatgut legt, sodass also jeder die Chance hat, an gutes Saatgut zu kommen, dann braucht man es wirklich wo mehr kaufen. Die zweite Sache, die ich da noch mitgebracht habe, ist hier ein Solarkocher. Der Solarkocher ist eben ein ideales Bewusstseinsbildungsinstrument, weil er die beiden großen Themenfelder Energie und Ernährung zusammenführt. Die Sonne, die sorgt dafür, dass der Topf heiß wird und das gute Saatgut, was hier überall zu kriegen ist, und die Pflanzen hier, die sorgen eben letztlich dafür, dass man sie in den Topf reinkommt. Und insofern ist das auch ein gutes Instrument im Schulunterricht, die Themen einfach ein bisschen anfassbarer zu machen. Nicht nur gerade auf der Tafel abstrakt und PowerPoint, sondern sie zum Anfassen. Ich habe hier einen Boxkocher mitgebracht. Das ist also eine Sorte von Solarkochern. Und zwar funktioniert der wie ein Treibhaus. Ich koche hier mit dem Treibhauseffekt. Ich habe innen drin eine Aluminiumwanne, außen aus Holz. Dazwischen ist Dämmmaterial und obendrauf ist ein Doppelglasdeckel. Das heißt, der Innenraum, der ist sehr gut wärmeisoliert. Und das Licht, was reinfällt, wird dann eben durch die schwarze Oberfläche, speziell auch von dem Kochtopf, dann in Wärme umgewandelt. Und die kommt so ohne weiteres nicht wieder raus. Wenn wir jetzt hier richtig blauen Himmel hätten, dann würde ich hier locker auf 150 Grad im Innenraum kommen. Das Ding funktioniert also im Prinzip wie ein Backofen. Und ich habe mir jetzt drüben von dem Schnippeldisco-Stand Gemüse geholt. Und im Topf ist also Gemüse, Salz und Wasser. Kann man das mal sehen? Nee. Das muss jetzt zu bleiben? Ja. Also das bleibt jetzt zu einfach, weil ich dann, sonst dauert es wieder eine Viertelstunde länger. Also man, die Eigenart dieses Kochertyps ist eben, dass man alles vorher rein tut und hinterher, wenn es fertig ist, das dann wieder, das dann erst rausnimmt. Also so Rezepte, bei denen man so peu a peu irgendwelche Zutaten hinzugibt, dafür nimmt man ein Parabol-Spiegelkocher. Also hier geht es darum, alles am Anfang rein und am Ende gar rausnehmen und Ende. Ich habe das als Bausatz gekauft, dann liegt es so bei ungefähr 200 Euro. Wenn man den fertig kauft, ungefähr das Doppelte. So um die 400 Euro. Dafür hält er für die Ewigkeit. Ich mache mit Schulklassen Baukurse. Da liegen die Materialposten so bei zwei, drei Euro ungefähr. Das sind dann einfache Kocher aus Pappkarton, aus Wellpappe. Das geht auch viel schneller zu bauen. Also da sind wir dann in einer Stunde fertig. Und hier in Düsseldorf bezahlt das Umweltamt. Sogar ich arbeite mit dem Umweltamt zusammen, sodass die Schulen das auch gar nichts kostet. Also da kann man mich auch ansprechen. Dann komme ich gerne in die Schulen. Okay, super.